Vor knapp einem Jahr ist Indiana Jones 5 and The Dial of Destiny zu Deutsch das Rad der Zeit in die Kinos gekommen. Natürlich auch inzwischen im Heimkino-Bereich käuflich, erwerblich. Und ich muss sagen, ich stehe diesem Film äußerst kritisch gegenüber. Die ersten drei Filme, die waren für mich das Nonplusultra. Die fand ich hilarious. Die Young Indiana Jones-Reihe sowieso als ergänzendes Material toll. Und über den Kristallschädelfilm, über den kann man natürlich streiten. Sehr gut streiten sogar. Da gibt es einige Sachen, die ich noch mit den ersten drei Teilen verknüpfen kann. Einige andere Aspekte allerdings wiederum nicht wirklich in die Welt von Indiana Jones passend implementiert finde. Und dann kam jetzt Indiana Jones 5. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. In diesem Film geht es halt wieder um eine typische Indiana Jones-Geschichte, wobei der erste Teil, das erste Drittel, naja, sogar etwas weniger als ein Drittel, aber so die ersten 20, 30 Minuten auch noch mit einer CGI-Deaged-Version von Harrison Ford daherkommt und uns quasi dann auch nochmal in die Vergangenheit zurückbringt, wo wir auch ein bisschen mehr Action haben, die mir auch gefällt. Und dann geht es quasi in die Gegenwart des Filmes. Und ich muss sagen, da hat der Film mich dann irgendwann verloren. Was die alten Indiana Jones-Filme ausgezeichnet haben, das waren nicht nur die Kameraführungen bzw. das Kamerabild, das eingefangene Material, wo vielleicht auch noch so hier und da ein bisschen Unschärfe mit drin war, sondern auch das Schattenspiel natürlich, also die Ausleuchtung der Set Pieces und natürlich dann auch die Antagonisten, da gehen wir jetzt also quasi schon in die inhaltliche Auseinandersetzung mit rein, die auch allesamt eine glaubwürdige Bedrohung, nicht nur für Indy, sondern eben auch für alle Menschen um ihn herum und für die ganze Welt dargestellt haben. Wir hatten die Nazis, wir hatten diese Sektenanhänger und so weiter und so fort. Und das waren Feindbilder, die in der Situation des jeweiligen Filmes Sinn gemacht haben, die auch entsprechend aufgebaut wurden. Und diesen Aufbau, den vermisse ich hier in das Rad des Schicksals bzw. das Rad der Zeit. Und das ist schrecklich, das ist schrecklich, weil damit Grundmotive der bisherigen Indiana Jones Filme flöten gegangen sind. Selbst der Kristallschädel hat es hingekriegt, hier atmosphärisch sogar noch ein Indie-Feeling zu erzeugen. Und das Indie-Feeling, was ich so immer mit Indiana Jones, mit Henry Jones verbunden habe, das fehlt hier gänzlich. Da ist es auch schön natürlich, wenn man hier und da nochmal Querverweise zu den alten Filmen herzieht, auch mit Cameos und dergleichen. Das ist alles schön und gut, das ist aber nur reiner, plakativer Fanservice und führt nicht dazu, dass dieser Film dadurch aufgewertet wird. Und das ist ja schon grotesk an sich. In diesem Film geht es ja prinzipiell darum, dass Dr. Jones quasi emeritiert und quasi sich auf seinen Ruhestand vorbereitet. Wir erfahren, was so in der Zwischenzeit mit seiner Familie passiert ist. Er lebt getrennt und so weiter und so fort. Das ist alles schön und gut, da haben wir ein bisschen Erläuterung, was so zwischen Kristallschädel und Rad der Zeit passiert ist. Okay, kann man gut finden oder auch nicht. Und dann geht es halt auf eine spannende Reise rein in die griechische Historie und in die griechische Mythologie, die uns dann auch quasi mit dem Thema der Zeit und des Zeitreisens konfrontiert und natürlich auch wieder Nazis auf den Plan bringt. Und ich finde, Nazis, das waren immer die richtig, richtig tollen Antagonisten für einen Indiana Jones. Das hat mir auch richtig gut gefallen beim letzten Kreuzzug zum Beispiel. Das fand ich hilarious, das fand ich toll. Das war atmosphärisch dicht, spannend. Dann noch mit der entsprechenden Kameraführung und der ausgeleuchteten Setpieces, wo dann auch das Schattenspiel wirklich auch die Dämonisierung der Nazis nochmal richtig schön zur Geltung gebracht hat. Fantastisch. Aber hier fehlt davon alles. Der Antagonist, der von Mats Mikkelsen hier gespielt wird, der neue Obernazi, wenn ihr so wollt, und der ist natürlich schon charismatisch. So wird er uns im ersten Teil quasi des Filmes auch präsentiert. Ein Forscher wie Dr. Jones, der sich auch mit Mythen und dergleichen auseinandersetzt und auch das Rat des Archimedes, das Rat des Schicksals, das Rat der Zeit quasi versucht zu finden und dann aber im Hier und Jetzt des Filmes sozusagen sehr verweichlicht herkommt. Selbst seine Kompagnons, seine Kameraden, die anderen Nazis, die wirken nicht mehr so wie die Nazis. Also ich finde das schade. Ich erwarte jetzt ja nicht, dass da irgendwelche Poleten auf einmal auftauchen, die gelinde gesagt einfach nur Heil Hitler sagen, den rechten Arm heben zum Gruße und einfach nur stupide dem anderen nach dem Mund reden, sondern ich erwarte schon, dass ähnlich wie beim Kreuzzugfilm auch hier Charaktere geschaffen werden, die eine gewisse Tiefe mitbringen, auch eine ideologische Tiefe mitbringen, die man dann eindeutig den Nazis zuordnen kann. Das fehlt hier. Hier wird er sogar noch von Seiten dieser Nazis Kritik an den eigentlichen alten Nazis, also Hitler und Konsorten, gehegt, um quasi etwas Neues auf die Beine zu stellen, aber auch im Sinne eines nationalsozialistischen Gedankengutes, was ich auch schon irgendwie dann wieder verquer finde, weil dann ist es ja an sich kein typischer, klassischer, historisch belegter Nationalsozialismus, sondern eher was Neues. Aber trotzdem haben die alle noch schön das Hakenkreuz überall kleben und auch das macht relativ wenig Sinn und raubt Atmosphäre, wenn man sich vorstellt, dass da Leute mit einer Hakenkreuzbande auf einmal durch die Straßen laufen, beziehungsweise gefühlt durch die Straßen laufen oder auch in einer Sequenz dann ein Flugzeug, ein Nazi-Flieger auf einem amerikanischen Rollfeld steht mit entsprechend auf den Tragflächen auch bemalten Hakenkreuzen, wo ich mir denke, fällt den Amerikanern, fällt den Betreibern des Flughafens denn nicht auf, dass da ein Nazi-Flugzeug steht? Warum, wieso kann das sein? Gut, natürlich, die Darstellung von Hakenkreuzen und dergleichen ist in den Staaten meines Wissens nach auch erlaubt. Das ist ja hier quasi verboten, abgesehen von Ausnahmen bezüglich der Kunstfreiheit. Das ist auch schön und gut, das finde ich auch richtig. Aber trotz alledem muss man ja hinterfragen, warum Nazis so auf offener Straße auf einmal rumlaufen können und auch Menschen töten können, ohne dass irgendeiner davon Notizen nimmt. Das fand ich schwierig. Aber was ich besonders schrecklich fand, war die Tatsache, dass Harrison Ford hier quasi auf dem Plakat ja schon sehr prominent dargestellt wird. Natürlich, es ist ja auch ein Indiana-Jones-Film, aber de facto im Film nicht mit seinem typischen Witz und Elan und auch Forschergeister herkommt, wie wir ihn auch aus den vergangenen drei Teilen plus den vierten Teil Kristallschädel in Erinnerung haben dürften. Das fand ich bemerkenswert, weil genau diese Eigenschaften auf Phoebe Waller-Bridge's Charakterin, eine entfernte Verwandte von Dr. Jones und Freunden der Familie sozusagen, übergegangen ist. Und Waller-Bridge damit, Harrison Ford quasi in jeder Situation, in jeder Szene gezwungenermaßen, das Drehbuch war so geschrieben anscheinend, Ford und damit auch Indiana Jones die Show stiehlt. Und ich benutze tatsächlich den Begriff Show stiehlen, weil das, was wir hier quasi vorgesetzt bekommen haben im letzten Jahr, für mich nicht ein Indiana-Jones-Film ist. Es ist ein Film, in dem Indiana Jones mit dabei ist, aber nicht als tragende Hauptrolle, sondern vielleicht als erweiterte Nebenrolle. Er hat zwar wahrscheinlich trotzdem immer noch die meiste Screentime in diesem überlangen Film, der auch mit dieser Überlänge am Hadern ist. Ich meine, der dauert 154 Minuten und da fragt man sich auch, wo ist die Zeit geblieben? Also das bringt uns zum Rat der Zeit natürlich wieder zurück. Zeitreise, das eigentliche Thema des Filmes, die Manipulation der Zeit, zeiteffektiv nutzen und die Frage kann man dann auch auf den Film direkt als Kunstwerk spiegeln. Wie viel Zeit ist es wert, in diesen Film zu investieren, um eine Geschichte zu erzählen, die eigentlich auch in 120 oder 130 Minuten erzählt gewesen wäre schon. Da muss man sich die Frage wirklich stellen, macht es da Sinn, auch Charaktere wie den von Antonio Banderas gespielten Freund von Indy auf einmal einzuführen, der ein langjähriger Freund von Indiana Jones gewesen ist, der bis dato bei dem Publikum überhaupt nicht bekannt war? Ich meine, schön und gut. Natürlich kann Indy in seiner Vergangenheit natürlich Leute getroffen haben und auch Freundschaften geknüpft haben, von denen wir bis dato nichts wussten. Aber sie dann so einzuführen und dann auch wieder so aus dem Skript herauszuschreiben, wie hier passiert, das finde ich schwierig. Was ich auch schwierig finde, ist, dass dieser Film so sauber ist. Dieser Film ist so unglaublich sauber und steril. Das fand ich bemerkenswert. Wir erinnern uns an all die Sequenzen, wenn Indy quasi gerade in Hektik unterwegs ist, dann läuft der Schweiß, dann klebt der Staub, dann ist das Gesicht schmutzig. Hier habe ich das Gefühl, als hätte Indy entweder ein Problem mit seinen Schweißdrüsen und immer ein Handtuch dabei. Also dieser Charakter, der ist sauber. In den schlimmsten Situationen, die man sich vorstellen kann, auch in diesem Film, ist immer Ruhe ein vorherrschendes Element, selbst wenn körperlich Hektik ausgestrahlt wird. Aber es ist alles so getaktet, so geskriptet, dass der Zuschauer niemals mit einem authentischen Moment der Anspannung konfrontiert ist, welches natürlich dann von den Charakteren auf uns gespiegelt werden muss. Das ist hier einfach nicht. Das ist eine Kaskade von Dominosteinen, die die ganze Zeit am Fallen ist und nach 154 Minuten kommt der Abspann. Und das fand ich einfach, das fand ich schlecht. Das fand ich schlecht und auch eines Indiana-Jones-Films unwürdig. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, aber das ist so meine Wahrnehmung gewesen. Natürlich ist es schön, dann das alte Indiana-Jones-Thema auch zu hören in entsprechenden Situationen, aber was auch zum Beispiel hier viel zu kurz kommt, sind entsprechende Action-Sequenzen, wo er mal Indy seine Peitsche effektiv benutzt. Das wurde ja schon im Kristallschädel, in der Intro-Sequenz des Filmes, auf die Schippe genommen, wo er quasi dann versucht, quasi sich durch die Area 51 zu schwingen und dann auf einmal aber in so einem Laster quasi landet und sagt, oh, ich dachte, er wäre näher. Das war noch witzig. Da hat man auch das Alter von Harrison Ford und seiner Rolle des Henry Ford, beziehungsweise Indiana Jones, auch abgenommen. Das war authentisch. Hier ist er einfach ein alter Sack, der mit einer Peitsche und einer Knarre unterwegs ist, das aber gefühlt so selten wie möglich einsetzt und zu einem passiven Baustein dieser Geschichte wird. Und das fand ich nicht in Ordnung. Ich fand es einfach nicht in Ordnung. Es fühlte sich nicht an wie ein Indiana-Jones-Film. Und nur weil Indiana Jones draufsteht, muss noch nicht automatisch auch Indiana Jones drin sein. Und ich finde wirklich, dass wir hier einen gepanschten Indie-Film bekommen haben, der vorgibt, eine Geschichte rund um Dr. Henry Jones zu erzählen, der auch eine Leidensgeschichte in diesem Film, wie wir erfahren, natürlich hat. Eine private Leidensgeschichte hinsichtlich seines Sohnes, der von einst im vierten Teil, wie er verkörpert wurde, die auch diesem Charakter noch mal Tiefe verleiht. Aber das wird überhaupt nicht wirklich ausgebaut. Auch wenn das an sich emotionale Grande Finale, die letzte Einstellung, da versucht noch mal irgendwie einen Turn hinzulegen, es funktioniert nicht. Und das härteste Pantöffelchen ist dann, dass wieder dieses Spiel mit dem Hut gemacht wird. Der Hut hängt dann quasi da irgendwo und dann zoomt das quasi von außen das Bild zu und dann sieht man wieder die Hand, wie diesen Schlapphut vorne in die greift und dann ist Ende. Das ist schön, das ist gut, aber es hätte nicht sein müssen. Irgendwann ist doch mal Schluss. Irgendwann muss Schluss sein. Der fünfte Teil ist definitiv der letzte Vorteil. Und ich hoffe auch, dass man die Rolle, diese Kultfigur Indiana Jones jetzt erstmal ruhen lässt und notgedrungen nunmehr mit fünf Teilen die Zuschauerschaft, die Fangemeinde damit zurücklässt und erstmal das Thema sacken lässt. Der fünfte Teil, für mich absoluter Tiefpunkt der Reihe, der schlechteste Film, der schwächste Film und der auch aufgrund seiner Sauberkeit optisch niederträchtigste Film in Anbetracht dessen, dass wir hier einen Charakter haben, der es gewohnt war, Zeit seines Lebens sich schmutzig zu machen und damit auch authentisch Filmgeschichte zu erzählen. Dementsprechend, also, ich bin enttäuscht. Eure Meinung zu Indie 5 in die Comments und dann sage ich Tschö mit Ö und nicht vergessen, Freunde der Nacht, Filme sind einfach geil. Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Vielen Dank.